Er stellt ganz rechts aus der Betriebsräde. Wo sind die Trittsfahrt, aber nochmal? So, ja. Total motiviert. Heute vor dem Tag schon. Die Spreche in der Betriebsräde. Da ist nicht klar. Wurden wir mal angeschaut. Miss C. St. Thomas Berners. Ur embosses vor dem Stadtteil. Die Wiesse und der Korinstergeweiter. Thomas, locals. Wir haben der Finale 7. 7. Wir sind am Anfang in den Finale. An dritter Stelle, die 267, folgt von der Staffel bei 286. Alle, die Schicksalte, die sind in der Hand. Na, Stefan von Böker. Ja, hier in der Honda-Nürnberg. So, und unser Rennleiter holt schon die Geissgeräte. Danke, hallo! Und ich glaube, wenn ihr jetzt schaut, und wo sind die Fans? Weiß sie, sie vor euch, und wir sehen uns so, und wir sehen uns so, weil Polenstama getrunken, platziert hat die 267, und 267 ist der Betrieb. Neuer Stadt, Mertens, 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 hier ist die Läden, der Läden, der Läden, so, Mertens, so, Mertens, so, Mertens, vor alles Fujikas Tschechien, hier unterwegs mit dem Skoro Felicia. Bravo, Tomas! Bravo, Tomas! Ja, danke, danke! So, ja, für schon, ja, für schon alles, Fujik, und an dritter Position, der tschechische Kollege Marek Jura. Tomas, so, für den Schnappachsteller. So, jetzt hier machen wir knapp, Tomas, so, Tomas, ja, ja, sie sind hier unterwegs, ja, ja, vorne, Tomas, mit der Startnummer 290, dicht verfolgt, und der Startnummer 290, Marek, mit der Startnummer 276, mit der Startnummer 390, unterwegs hier auf einem Skoro Felicia, an dritter Position, die Startnummer A. auch an dritter Position, auf einmal, und der Str Auchländer und der Schnappachsteller, Appa Alexander, ja, von Congressman, derնsm십oro 2206, Buchst mare, mit der Startnummer 42, Alexander Kaufer 250, denn Heimwow 790, ich hoffe, Wir haben hier vor einem Tag, also schauen wir auf, wie wir das Ganze an sich machen können. Wir können schauen, wir können schauen, wir können schauen, wir können schauen. Also, wir haben das Glauben, das ist der Freund allerweil. Kommt raus, besonders gefreut mich. Hier an der Stelle momentan, ob wir den Respekt noch standen, wo wir ihn platzieren. Das ist ein bisschen ein Alex, also, das gehört natürlich auch dazu. Und hier bin ich wieder rum mit der Freund aller Mario von der Stadt Nummer 12. Junkleiner von Lausdraff. Kanzler hat sich aus Schumpes entgegen. Wir sind in Puppelstraff, dass sie hier nicht mehr haben. Ja, liebe Freunde, ich habe einen guten Start für die Tag hier. Also, schauen wir uns jetzt mal, wie wir das sein wollen. Sie drohen wie hier zu absolvieren bei dem Finale hier in Almendorf, beim Autokurs, Staatsmeisterschaft. Ja, und der Karal kann in der gesamte Art von der Autokurs, Staatsmeisterschaft 2013. So. Seht, Hart oder Ewald, da hat er schon die Diagnose gemacht. Leider, Ewald, wie... ...und eben ist ja auch ein Bus, also, das gehört natürlich auch dazu. Er liegt da an dritter Stelle, aber ganz vorne ist da eine tolle Sache. Und das ist wirklich tolles Feeling, tolle Stimmung hier. Wir kommen zu unserer nächsten... Walter Wacker, Markus Wacker, ...und die hat es gut gemacht. ...und die Lücke hat es gut gemacht. Also, ich naja, dass Sie da an derische G orchestra werden können, ja es ist wirklich eine russische GmbH, weil es wie der Fußballtag sphere ist, aber es ist, wie erreicht es zu wenig von denen sind. Mordia, Walter Wacker... ...und die Flugzeuge haben für den ZD-H. ...und die Flugzeuge kamen rum, ...und die rumsteigen... ...und die ganze Zeit, ...und die Lücke, ...und die Lücke, ...und die Tipper, ...und die Tförler, ...und die Meisterstelle, ... denn die Lücke, mit der Stadträne Alter, warte auf deine frische 1910-Turbo! So, herkommen! Oh, ihr seht mal wieder! Spannendes Wiederholz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt anzeige, Sieger! Walter Markov! Wo der K Tempelmann! Der K Tempel ist in der Feuerwehr! Er wird in seinem Rundzeil Wir sind jetzt in der ersten Verhandlungsschau. Sparta, Marka, Markus Marka, Schleifung, Regisseur und Helmler. Der Mann ist hier in der Einladungskasse. Und jetzt ist der Unterschied hier runter. Also schauen wir. Mal hab' auch ganz schwer aus. Ich sag mal, wir hätten hier einen holen können. Die Zähne. Ein Rad Marschalk. Und die Rüste. Ein Rad Marschalk. Und die Rüste. Das war ein Rad. Mal hab' auch aus der Europäischen Welt. Und die Rüste. Und die Rüste. Und die Rüste. Aber wir haben noch einen Rüste. Hör runter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.